jetzt auswälzt sie hast du dann für immer oder kannst du die auch wieder wechseln oder wechseln ich erstmal muss jetzt das was ich kann und jetzt nicht das was ich dann memorisiert habe das ist der welche zauber ich beherrsche ich kann jetzt zwei grad zwei gedanken machen du musst dir schon kurz gedanken machen dafür also ich bin jetzt natürlich weg des schattens gegangen was ich ja vor hatte das unterklasse was ist etwas blödes ich habe jetzt auf den spruch geklickt habe dann annehmen gesagt aber dann war mein stufenaufstieg fertig ich hoffe nicht dass ich irgendwie konnte die talente auswählen ich hatte nur die unterklasse hätte ich gesagt ob talent ist erst ab stufe 4 136 94 ist die buddhöhung das gleiche 50 anders irgendwie ich habe ich glaube ich glaube dass das anders ist das anders also ich habe irgendwas gelesen erst ab stufe 4 talent was guckt mal ist richtung zu diesem tor hatten künstliche stille jetzt haben wir trotzdem gehen wir gehen wir hoch und reden erst mal mit diesen geht es mal die kamera genau so lassen wir die kamera genau so bogey achtung sie cool aus ja cool nicht alle auf einmal applaus geben aber hier trotzdem sollen wir jetzt hier hoch und auch noch ein lager mit lauter kisten da liegt der tote am boden und bekam bestimmt da oben mit aka und männer ausreden warte mal ganz kurz ich bin sofort wieder da bin gleich wieder da ja aber ganz kurz trotzdem grundsätzlich ich denke mal wenn man da unten jetzt rein rennt entweder sagen die dann so cool dank dass ihr geholfen habt oder die gehen erst mal oben hin und man muss erst mal mit den anfreunden bevor man da überhaupt in das lager da reingeht ja ich denke das wird dann nicht schlimmes passieren hoffe ich dass das hinten vom portal wurde im du siehst da hinten wo du grad bist ja so eine schreintür aufgegangen ist sie auf ich sehe nur dass diese leuchte gerade nur entdeckt ist geheim ich habe zum überleben das ist ein portal ich mache das gerade mal haben wir das können das ist ein schnellreisepunkt diese diese siegelkreise sowieso wo kommt man überhaupt da hoch um mit oben mit denen zu reden der weg oben der geht ja ganz hinten rum was an dem wagen und dann über diese leiter hoch werden müssen sowieso aus durch den durch das tor durch um hoch zu kommen das heißt bringt nichts uns vorher weil ich kann man gerade nach dem portal mal schauen ich war doch eben im portal der markus du meinst du diese stein aber ich weiß nicht aber gespeichert hat gern ich dass du dann stirbst davor das machen wir lassen erstmal speichern nicht das jetzt drauf geht wenn du jetzt lang läuft ja gut dann gehe ich habe ich habe gespeichert ob ich es untersuchen soll oder nicht weil es dann hat er dieses geheime stein portal hier kommt man mit dem weg weiter hier ist auch ein steintür wahrscheinlich ist eh geschlossen jetzt gar nicht gesehen wahrscheinlich ein hintereingang oder so soll ich so machen klicken oder es kommen da gehen wir mal rein jetzt wollen wir passieren wahrscheinlich ist eh zu hören ja eigentlich man kann rein unterirdische passage das ist das öl oder das ist total ich sehe hier drin wie der nächste sind wieder fässer die hochjagen kann ich würde sagen wir gehen jetzt erst noch mal raus und gehen oben sollen wir sie ändern die passage das rohne des adlers das ist ja hier geht es runter also ich bin schon bei dunkelsicht ich müsste ja auch ganz gut aber ich würde auch sagen möchte sagen erstmal fertig oder ja irgendwas ich meine man kann der weise ist wieder vorgegangen bringen weg da gehen da raus jetzt wieder kommen vielleicht kriegen wir sowieso den auftrag von denen hier unten rein zu kommen auf sich die tür wäre da ist wenn ich starte noch ein goblin halten oder hätten gestanden ja aber du hast ja gesehen die wächterstatue hat 65 hit points gehabt und die hat er als feuerschüsse auf sich abgegeben also ich würde jetzt erstmal sagen hätte man die ruhe da betätigen müssen das tor hier natürlich zu ich würde sagen dass wir dahin gehen auch und dann geht die leiter hoch sieht man ja und dann sind wir oben auf dem weg du hast einfach durch scrollen mit dem gehst einfach mit der kamera sich durch das tor durch dann siehst du das hinten die leiter hoch das mag ist das eigentlich gesehen ich habe dir bei handschuhe geschickt wir sind vielleicht was für dich ich guck mal kann das ist die dreier gruppe diskutiert da mit dem weil die reingelassen wurden ich würde ich habe ich habe schon mal angezogen lange wir erkannte für die hin einfach hochgehen ich gucke ob die leiter als in der habe ich nicht nur gehen denn darf man nicht luten ich muss leider wieder ausziehen sehe ich gerade herr malus von 1w4 was hast du kannst ja ich habe ich habe was ausgelöst ich habe was ausgelöst die streiten sich wo bist du denn eigentlich wollte ich auch hochlaufen gleiter aber das war keine absicht und du siehst wo ich stehe ich wollte da die brücke rüber und dann bin ich in die dialog die drei vom eingang können das gucken ich warte bisher auch so weit ist das das kommt jetzt auch 10 ich verschwinde bevor die heute rein rücker jetzt hoffen sich das wird jetzt hoffen sie sich das wird ja ja warte warte sieh derzeit meine bezahlung auszudrücken tell that to the dead at the gate shut the horns i be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer my duty is to this camp god forbid you risk your precious tail but i shouldn't be surprised volkloids ain't known for college you see the tieflings jaw clench is the back of the house was schlag gegen den menschen auswand versorgen um zu hauen bei überzeugen ich wollte die 1 versuche überzeugen kommen weil nicht eingreifen ist ja halt nichts machen dann greift er ja an immer ziemlich gut ist nicht geschafft aber war auch 15 natürlich jetzt gerade noch mal ich kann den durchsuchen oben wieso konntest du denn nicht durchsuchen für die es ist es war bei mir der war bei mir rot markiert ja diebstahl okay also wenn ich anklickt nicht das ist so soll ich mal riskieren oder werde ich dann also rotes diebstahl also guter speicher mal ich kann trotzdem mal mit denen reden weil die stehen ja um den toten rum diese rika und so ich habe jetzt gerade gespeichert ja dann klickt mich mal an so ok nicht und adrian vielleicht dann die handschuhe die der markus nicht tragen kann was für dich ansonsten wenn du auch keine kriegst würde ich sie nehmen ist aber ja oder bringt ihr das nichts als nahkampf ist waren verzaubert das ist eigentlich cool frage ist ob es auch die tiergestalt funktioniert das weiß ich nicht hat es nur die nie erhöht von dir das weil das eben die werte hochkamen gut ich würde sagen wir gehen runter und reden jetzt noch mal mit dem tiefling oder jetzt auch noch ein weg hoch und ja weil wenn die jetzt packen und gleich abhauen ich meine ich denke nicht dass sie automatisch ist gleich wirklich abhauen aber kommt mal her ich lasse mich schon mit dem reden ich rede doch ich habe doch gesagt dass ich denn jetzt anklicken den typ des sorgten ich habe keinen streit mit druiden warum wollen sie euch verjagen diese glaubten es gab es noch mehr solche angriffe ich bleibe nicht lange ich muss einen heiler finden das sind zehn tage nach bald das geld habe ich gerade ausgefunden zehn tage dauert bis wir dort sind nicht überreden ist zu unterlassen ich frage einen heiler was führt euch hierher also ich habe jetzt mal das erfolgreich trug über intelligenz hat jetzt die geschichte geschichte ist ganz gut dann die antworten sind echt scheiße oder also alle missfächer die in den höllen bleiben sollen wir überlegt haben überlegen sie alles wenn wir sagen ich brauche ein halter wird er wahrscheinlich sagen ich kenne da eventuell was oder machen das ist eine neue mission das ritual unterbinden von diesen dann oder ja öfter hinaus rettet die flüchtlinge ich frage mich mal was ich mir für die hilfe oder nicht und wer wollte alles obere weil das ist ja so gibt ja unten wenn wir das unter ist dann so ein bisschen frech fragen dann gezeigt mehr belohnung das kriegen wir nämlich geld das andere welt war erst mal was wir machen können oder so aber dann lasst uns jetzt erstmal kurz unsere tagebuchquests dann und sowas durch nur aufgeholfen dem typen er wusste ich dass er anfängt zu reden ich habe wollte nur anklicken ich dachte ich kann durchsuchen aber gut das war ja mal kurz zusammen uns ins kräfte gucken was alles so steht ja damit müssen wir ein bisschen finde ein heimittel sind nach wie vor noch oder für heilerin netti zu hilfe finde geht yankee findet die gruppe die netti könnte vielleicht einfach wenn wir den heim betreten druiden und so könnte uns helfen dass diese yankee toller ja ich werde die flüchtlinge da zu retten oder auf der wartet mal auf der karte genau wo das ist genau das sind so wo es jetzt das smaragdhain oder die flüchtlinge es ist ein eh die straße hoch und rechts genau und bis noch war die frage was für was das für ein quest mit dem smaragdhain eigentlich weil mich anklicken sehe ich jetzt kein quest dazu was sind das aber wir sind jetzt hier gerade noch eine abzeige vorbeigelaufen aber wenn er auf diesen smaragdhain links oben auf den argen noch sieht man ja seinen quest spricht mit wem mit der flüchtling und findet die heilerin also wir müssen einfach nördlich weitergehen ja aber ich kann trotzdem das was hier noch wir haben eine abzeigung ausgelassen die können wir noch zu schicken auch angezeigt wo du hinlaufen sollst wo bist du jetzt hin ab er will jetzt zurück da hat sie immer das gespräch ausgelöst hat sich darüber wollte mit wem hier sind wir mit dem eischweinchen schnell adrian ja warte 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 da muss ich aber mich die gestalt aufgeben warte schnell hier oben ist eine nadir hat einer das talent ja er kann doch mit dem eischweinchen mal reden ja ich kann tatsächlich sein hölzl ihr könnt zuhören kleiner kerl kleiner kerl oh was zum Das klappt halt so gut hier. Erst nur 10 mussten wir shoppen. Das ist einfach zu uncharismatisch. Nervig. Jetzt beißt es sich wieder. Na wow. Warte mal ich rede auch mal mit ihm. Kann ich überhaupt nicht mit ihm reden? Oder beißt es mich auch noch? Doch ich kann auch mit ihm reden. Aber dann kann ich nur kick kick kick. Guck mal aus dem Weg hier. Aber da kommen wir nur hier hoch. Da ist ein... Ah Jo, das ist ein Grottenschrat schlechter. Warte mal schnell hoch gehen. Oh hier ist nochmal so ein Erdhaufen. Der meuschelt gerade hier hinten. Oh, krass. Schnell hoch, schnell hoch. Er ist überrascht. Ja, aber ich bin immer noch mit dem Eichhörnchen zugange. Ja, ist nicht schlimm. Das Eichhörnchen ist das Wichtigste. Das ist ein Licht-Eichhörnchen. Das wird wahrscheinlich jetzt ins Gesicht springen. Ich will dir als Vertrauten haben. Das wäre cool. Ich habe es geschafft. Hier, ich habe es mit Eichhörnchen jetzt freundlich gesonnen, oder? Hey, der ist ganz schön gut. Adrian, das hat man dir mutig. Du hast kaum... Ich kann gar nichts machen. Ich höre gerade beim Makro zu. Das wird X oben, um rechts abbrechen. Wo seid ihr hoch? Bin ich wieder dran? Nein, ich. Schenkelschutz. Ja, aber ich habe ihn zumindest getroffen. Krass, seid ihr einfach gemäuscht? Ne, die ist abgehauen. Die ist zum Glück nicht tot. Ich hoffe, der geht jetzt auf mich. Das hoffe ich allerdings auch. Aber du hast das eh erstmal überrascht, ne? Also hier ist das... Eichhörnchen ist das befreundet mit mir. Es quächt deine letzte Wahn. Und wenn du noch einmal die Regeln brichst, gibt es Ärger. Dann bruscht es fort. Das hat vorher so in den Ohren gewackelt und so. Und ich habe was bekommen vom Eichhörnchen. Es hat mir Ohren gegeben. Oh, die ist tot. Der hat mich umgebrochen. Der ist so weit weg gelaufen. Ich komme gleich zu euch. Was mach ich denn? Ich will nicht. Hm. Es gibt keinen Sinn. Ich muss... Warum muss ich... Wir machen schon platt jetzt. Der Philipp hat... Der hat einen angegriffen. Der war noch ganz fertig mit dem Eichhörnchen gewesen. Im Endeffekt... Ja, ich weiß, er hat trotzdem den angegriffen. Der ist von alleine losgegangen. Auf die... Ich habe nur gesehen, dass er da in Deckung war. Da hat er die... Wir wollten ja eigentlich retten. Ich wusste nicht, ob noch hier ein Feind vor uns steht. Ja, du bist direkt hier. Du stehst direkt daneben. Du bist von der anderen Seite gekommen, wie wir. Oh, das ist jetzt im Eindruck. So nicht, junger Mann. So nicht. Mein Freund. Ähm. Warte, ich bin dran. Toll. Wer umsonst jetzt geraged. So, jetzt die Info für euch. Wir sollen nichts an den Bäumen machen. Wir haben aber die Tierohren bekommen. Mit denen können wir das Gebiet der Tiere betreten. Das gibt es ja nicht. Ich habe mir den Loot eben angeguckt und... Echt? Unfassbar. Da liegt noch ein Wurfspär da oben. Ja, der hat nicht geworfen. Hab dir das jetzt zugehört, ja? Ja, du hast irgendwelche Ohren bekommen. Genau. Ich habe Ohren bekommen und wenn wir die tragen, dann können wir ins Gebiet der Tiere und das Eichhörnchen hat sich vorgestellt. Das heißt Hölzl. Ich sehe durch das Teleskop etwas Drachenähnliches. Ja. Warte, ich werfe. Ich bin etwas diplomierend, dass das Eichhörnchen mit dir besser... Ich habe drei Würfe machen müssen. Ich habe ja auch eine 20 gekritztes Eichhörnchen und sowas. Ich sehe den Drachen auch bei dir. Cool. Oh, und Ronald Wache, der rumfliegt. Ah, wie schön. Den greifen wir jetzt an. Als Stufe 3 packen wir den locker. Er jagt. Ja, nach links. Ja, nach links. Ja, wieso? Der ist sonst... Pass. Der muss nach links. Der ist ja nach links geflogen. Er ist ja nach links abgekommen. Ja. Ja. Ja, da ist ja das Raumschiff. Ja, aber da ist ja drach hingeflogen, das nach links geflogen. Kann man nochmal... Ja, jetzt sind wir wieder da. Man kann nur in diese einen... Also nochmal nach rechts. Warte. Der ist doch eindeutig nach links geflogen. Ja. Ja gut, aber... Vielleicht... Ist einfach weg. Warte mal, was solltest du uns jetzt zeigen? Außer dass man das Dach da... Zerstörte Ruine. Ja. Ja. Ähm... Also drei von uns sind einigermaßen verletzt. Sollen wir eine kurze Rast machen? Ja, komm. Warte. 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 Warte, warte. Äh, jetzt habt ihr es zu früh gemacht. Ich war noch nicht zurückgewandelt, Leute. Also jetzt... Jetzt... Kurze Rast oder was? Hab schon gemacht. Ja, hat schon gemacht. Warum... Ich dachte... Ihr habt ja nicht für die Antworten abgewartet, dann hat es ja schon einer angeklickt oder was die Rast. Dann müsst ihr auch warten, bis die anderen was sagen. Nee, ich wusste nicht, dass das ein Bär... Ein paar Hektiker, der Philly ist ein Hektiker. Gar nicht wahr. So, gehen wir jetzt hier unten. Kommt jetzt runter, ja. Habt ihr eigentlich... Das da an der Seite ausgegraben? Da war was zum Ausbuddeln? Nee, wo? Nee, nee. Da, wo wir hochgegangen sind. Ja, war mal, da war der Polterbuddel mir auskommen. So, Schatzkisten drin immer. Wo ist denn da? Da, wo wir hochgegangen sind. Da, wo wir hochgegangen sind. Nein, hier unten. Ja. Wir sind den anderen Weg hochgegangen. Nicht da, wo wir jetzt runtergelaufen sind. Es ist fertig. Da war drin. Elixier der Blitzresistenz, wenn das andere haben möchte. Ich trank der Geschwindigkeit und einen Heiltrank. Einen Heiltrank nehme ich mir jetzt von dir dafür, dass ich gerade meinen Zauber benutzen musste. Ja, nimm dir ruhig zwei. Da unten liegt ein Bär und der schläft, sehe ich gerade. Da unten seht Druiden am Zaubern auch, gerne. Die bauen da unten gerade ihren Druidenkreis. Jetzt hat die Frage, wie wir die Eichhörnchenohren aufsetzen müssen. Wo sind dann die Eichhörnchenohren? Ja, ich habe Eichhörnchenohren, aber ich sehe sie mal mit meinem Tag. Ich habe die weggenommen. Hat es Eichhörnchen die gegeben? Ja, habe ich ja vorhin schon mehrfach erzählt. Ja. Ich habe hier Hygienohren bekommen und diese sind Erkennungszeichen. Drei davon um die Asche zu können. Die Ohren sind weich, fleckig und ausgefranst. Sie gehören zum ansprechenden Teilen des Hygienenkadavers. Ich sehe die bei dir auch nicht. Ja, das ist bei mir in der vierte Reihe von unten rechts das Hygienohr. Das ist die Frage, da ist ein Aufzug mit dem schlafenden Bären. Wenn wir den hochkurbeln mit dem Hebel, dann kommt der Bär wahrscheinlich zu uns hoch. Ich meine... Nee, da müssten wir in meine Richtung gehen. Da sind mehrere Truhen. Da ist irgendwie so eine Art Schrein. Wo ist denn deine Richtung? Ich gehe gerade hier oben lang. Da waren wir noch nicht gewesen. Also du hast eine Speicherung ausgelöst? Ah, okay, da bist du. Citroen schon leer gemacht? Nun scheint, ja. Da war wieder eine schneller als ich. Der Fitti, das ist so ein Gauner, oder? Ja. Ich hab mir das angeguckt und zack war auf einmal die Tue leer. Da steht er daneben. Ihr könnt ja alles haben. War das mal gerade jetzt hier, was auch. Es gibt ein sich auflösendes Tag. Lass bitte, soll ich lieber, sollte derjenige bitte mit Intelligenzwert die Gespräche führen? Ich hab gar nichts angeklickt. Hör auf, ich rede jetzt mit dem Aaron. Ich mach's. Flüchtlinge, Flüchtlinge. Sieht wie so ein kleiner Legionär aus, oder so. Sieht aus wie Tyrion Lannister. Ja. 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 Ich weiß es ist drastisch, aber mehr Monster scheinen diese Region jeden Tag zu terrorieren. Wir Druiden werden sicher sein. Wie bei denjenigen, die hier in den Weg genommen haben, kann Sylvanis sie schützen, als sie ihre Reise weitergehen. Hier wird schon alles gut gehen, sie haben höfliche Kräfte. Ich würde eher die Eins eher sagen, oder? Vielleicht können wir wieder anbieten, hier kommen wir helfen euch. Mit den Druiden kann dann gleich unser Druide reden. Ich glaube nicht, dass sie was kaufen wollen, oder? Guck mal, sieht man jetzt erstmal so ein Kaufmenü. Er hat direkt neben hier Knüppel und Schild in die Hand genommen zum Verhandeln. So hat man eine bessere Position, wenn wir handeln. Aber er hat auch Zaubertränke und sowas. Ne, Färbemittel. Handschuhe des Geschossfangs. Das ist ja geil. Du kannst Geschosse von Fernkampfangriffen abfängen und ihnen Schaden und 1W10 deinen Geschicklichkeitsmodifikator verringern. Das ist ja auch geil, oder? Ja, ich konnte vielleicht... Wie viel Geld hatten der? Kann er uns vielleicht da die ganzen Sachen... Ja, der hat 435. Genau, können wir verkloppen. Ich verkaufe dem jetzt das Zeug, oder? Ja. Ich mache das auch gleich, wenn du fertig bist. Aber man kriegt das Geld automatisch, zieht es einfach... Ja, dann warte mal Markus, ich schieb dir mal alles noch von mir rüber, was ich nicht brauche. Ich gebe auch doppelte Waffen und so ein Kram. Ich kann theoretisch an Waffen alles weggeben. Oder weil so Krummsäbel und Deutsche und so ein Kram, das braucht ihr alles nicht, oder? Nee. Lass mir einen Speer, weil ich kann die werfen. Ah, oben lag ein Wurfsperer bei dem Grottenfraut, hast du gesehen? Ja, der war ja auch von mir. Ah, okay. Der habe ich wieder aufgekommen. Pass auf, die Sache ist die, was ich im Inventar habe, ist das am Ende... Ist das meine Armbrust, die ich dann weggebe, weil das dann weg ist, oder sind das Sachen, die ich nur einstecke? Nee, die du im Inventar unten hast, das ist nicht deins. Ist das sicher so, ja? Sonst ist meine Armbrust weg. Ja. Ja, okay.